hallo liebe abonnenten und minecraft freunde jetzt geht es wieder weiter mit minecraft islands wo maxi bestimmt wieder fehlen wird und danke ich eisen gesammelt habe in der letzten folge maxi dann grabe ich hier mal in gang weiter sehr gut ich glaube jetzt einfach hier mal ohne system irgendwie werde ich schon was finden was hübsches hat hübsch jetzt lecker welche höhe bin ich denn überhaupt 69 ich glaube ich jetzt einfach mal senkrecht runter sollte man nicht machen also kinder nicht nachmachen ratet mal was der onkel maxi 404 trotzdem tut der onkel maxi 404 genau 404 ist ja auch der http er für nicht gefunden hirn nicht gefunden ja welche höhe bin ich denn jetzt alter 43 ach ja und meine hake ist kaputt und ich habe kein holz doch wir könnten mal irgendwelche themen ansprechen und darüber reden zum beispiel auf welches spiel freust du dich in der nächsten zeit dass du vielleicht spielen wirst also definitiv ganz sicher keine ahnung ich würde jetzt gern mal irgendwann ist das green unity zocken aber ich weiß nicht ich weiß nicht ich zögere immer leute ich zögere ich konzentriere mich eigentlich jetzt mal in der nächsten zeit ganz auf minecraft island damit ich diesen mal nur wissen muss ein bisschen einschränke einschränke ja genau also ein spiel auf das ich mich freue ist zum beispiel gta 5 darauf habe ich schon lange gewartet und bald kommt ja die pc version die werde ich mir oder die habe ich mir schon geholt das werde ich sehr sehr stark spielen so wie das suchten davon werden auch videos folgen natürlich genau gta 5 vor freude ist die beste freude im märz im märz kommt das genau im märz wird auch das nationale roaming von o2 zu e plus freigeschaltet so viel so viel alles in einem märz ne ja auf das freue ich mich ehrlich gesagt schon naja mein handy ist ja immer noch im kino und wird repariert er muss immer warten auf sein sein handy auf sein chinesen handy genau aber da wird es halb so viel gekostet das war es wert naja aber so ist ein ziemlich gutes handy vergleichbar mit mit 800 euro handys also wenn man mit ein rechnen dass es kaputt ist ja aber dass also der schaden tritt ja bei ganz normalen ist auch da ist kaputt das ist jetzt vergleichbar mit 800 euro handys ja genau genau jetzt aber mein mein verkäufer hat hat gesagt dass es bald wieder kommt dass es bald auf dem weg gemacht wird und so sagen ja schön dann kommt es wieder von china genau wieder zurück bis nach bella war ja so da ist nicht drin nisch drin da ist auch nisch drin wahrscheinlich alter wenn ich jetzt diamanten finden würde ich so ausraste genau vor allem weil ich sie nicht abbauen könnte schläge welche höhe bin ich denn 15 am besten ist zwölf glaube ich zwölf zwölf mache ich mir noch ein bisschen steinhacke ein skelett am heldentage vor unserer tür vor der türe lauert es draußen vor der tür ist ein tolles buch ok wenn du das sagst literaturkinder literaturkinder ja ich könnte jetzt damit was anderem kommen aber ich sage jetzt also ich möchte jetzt nicht sagen dass faust schön ist es ist nicht schön ja genau ich denke also wenn man natürlich jetzt auf menschen steht die irgendwas mit 14 jährigen mädchen anfangen dann ach das erste mal in diesem minecraft leben wahrscheinlich dass ich eisen gefunden habe wow toll meanwhile at fenster killers fünf milliarden stecks ja genau soll ich unser unser altes zeug holen oder gehen wir da wieder zurück holt mal aber da wäre unsere form oder soll ich die abbauen die lassen wir schon machen wir später einen weg hin es wird unsere farminsel ja wahrscheinlich auch kacke kacke leute ihr wisst was da passieren könnte auch gott was da passiert wird ich habe eisen dabei ich will nicht sterben wahrscheinlich verlierst du das ganze eisen dann die sportes innerhalb von zehn sekunden ja natürlich die letztes mal ja oft macht ja genau aber ich lege das jetzt in eine truhe weil ich schlau bin schaut jetzt alter scheiße gut jetzt bin ich ganz schlau mal noch einen ofen für dessen betrieb ich leider nicht die erforderliche kohle habe kohle ist ist in den ofen oben in den öfen ist toll ich werde jetzt ich werde jetzt natürlich da deswegen drauf gehen natürlich ich hoffe nicht dass mir dann gleich die alter herzfakt ich wollte sagen dass mir gleich die ehre zuteil wird in die lava zu stürzen und ganz zufällig steht hinter dir ein skelett zufällig so ein zufall surprise motherfucker und ich bin auch dahinter mit creative mode und spawn ein in der hand wahrscheinlich da hätte ich dich aber lieb ich glaube es dir beschlöpst dir so was ist das hier nein nein ein toter maxi nein you not you not kill me ja danke sehr gut sehr gut der ton scheint irgendwie nicht in ordnung zu sein dein mikroton oder was ne der andere wieso nicht ich habe die gesamt lautstärke aus weil ich so super schlau bin oh gute idee eine bonne idee faux ich habe heute zu vielen normen für die video angeschaut mein äh lieblings französischer comedian übrigens ne auf youtube könnt ihr ja mal reinschauen wenn ihr das französisch mächtig seid und auch bei mir reinschauen am besten ich bin auch ein bekanter französischer comedian ja ja natürlich ja natürlich gut ähm habe ich jetzt die kohle nicht mitgenommen ich glaube es ja nicht das gibt es doch nicht ich hätte schon gemahnt du solltest deinen kanal maxi fails umbenennen ja eindeutig tschuldigung leute es wird sich bessern ne 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 na hoffentlich nicht sonst habt ihr ja nicht zu lachen ja stimmt oder zu weinen jo jo gut dann werde ich mir gleich mal nein nein klick 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 doch was war das jetzt bitte habt ihr das gehört leute da war ein kleiner zombie der gestorben ist mit einem zischgeräusch lava wahrscheinlich ja er hat es verkackt doch das müsste reichen für meine eisen hier ich schaue jetzt noch mal hier runter was gibt es hier nichts super ich glaube mal hier und hier nichts absolut nichts redstone kann ich nicht mitnehmen bräuchte ich eisen dafür eisenhacke gut na gut redstone braucht man auch nicht außer wir bauen maschinen oder sowas naja sehr abwegig vor allem bei mir nach hier aber leute ich bin der größte kohle produzent dieser welt naja ich habe zwar schon drei stacks oder mehr gesammelt nein ich wäre fast in das loch gefallen ist ein riesiges loch nein ja bitte nicht genau gut okay was haben wir hier noch schön ist ach ja lava das haben wir noch nie gehabt na gut ich habe eingestellt dass diese voll oder diese folgen als dass diese folgen kraftausdrücke enthalten also eigentlich dürftest du reden wie dir der schnabel gewachsen ist das tue ich nicht aus prinzip nicht ach was ist das hier schönes super gold das mutiert mir eisen gutiert mir ebenfalls sehr ich glaube ich schimpfe ja sowieso nur auf schwedisch oder sowas also das ist ja erlaubt genau das tut ja kann ich alles nicht mitnehmen ich gehe zurück mal schutz nehmen das noch kurz mit um die effizienz aufrecht zu halten es kommt von hinten ins gelitten schießt mich die labe ich würde sie reagieren ich würde mich freuen und dann gäbe es es ist wieder ein lautes nein genau in der menschen freunde der nacht nur wie gut dass ich einfach hungern bin hoffentlich hoffentlich oh wie gut dass niemand weiß dass der maxi labert scheiß ja ups genau frische hüllenluft eine neue ender perle nice ui ui toll genau eindeutig 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 was ist das hier ach hier komme ich rauf cool die endermen äh die endermen klauen uns irgendwie die die grasblöcke und ich bin gleich wieder tot ja nein haha ja ja da haben meine zuschauer auch was zu machen ich könnte jetzt versuchen die die ender perle da rauf zu schmeißen und dabei stehen ich bin etwa so talentiert ah oh fuck zwei skelette warten bei der tür geil oh ne jetzt muss ich so weit laufen nein 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 so entschuldigung bin ein bisschen erkältet kein problem no no i problema richtig nessun problema ja wie der italiener so schön sagt ok jetzt kann ich mir keine rüstung mehr machen fast schlägt oh fein ach nicht schon wieder das gibt es doch nicht ich mache erstmal ähm eine partielle rüstung meine lieben mhm ja und dann äh Fachbegriffe mit maxi ja ja mhm jetzt gibt es lecker verrotteres fleisch mhm ich hoffe wir finden noch mehr davon äh wo bist du eigentlich in der höhle ach so in der cave ok 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 sortier es mal schön so wie es gehört oh scheiße ne schimpf nicht so viel mein Freund entschuldigung tut mir leid entschuldigen sie bitte ihr sprachstiel gutiert mir nicht oh Gott nein entschuldigung seine mir nicht ähm gut das eisen wird geschmolzen das ist sehr schön das eisen wird geschmolzen ja genau ich gehe derweil mal wieder runter mal sehen was hier gibt schönes ich hatte ja gold gefunden hätte ich gemahnt wir brauchen jetzt echt mal eine eine stabile essensversorgung überbewertet wir sind hier auf einer einsamen insel braucht man das nicht niemals hier ist das gold bei mir ist es eigentlich ziemlich langweilig die ganze zeit ich laufe die ganze zeit im kreis und dann sterbe ich wieder und dann dies und ja ich glaube auch die ganze zeit sterbe ich wieder so ist das halt hier aber sterben ist bei dir ein dauerzustand also danke im moment nicht mal so ich glaube es ja gar nicht also die ersten folgen waren echt schlimm bei mir sind aber immer so bei jedem projekt irgendwie sterbe ich immer außer sims naja sims ist auch schwer zu sterben hey sims wird unterbewertet gemeinhin die sims ist ein gutes spiel ich habe sims 2 ja ich auch damals als toll gesuchtet ja gewuchtet so das will ich nicht dass das nehme ich jetzt mal einfach nicht mit ich will nicht in die lava fallen leute was gibt es hier tatsächlich warum kann man eigentlich leder nicht essen würde sich ja natürlich super geschmeidiges leder zwischen den 10 lecker schmecker lecker schmecker kochstunde mit fensterkiller leder auto gläder leder an meerwasser mit keine ahnung karotten nein hört sich gut an ja ich habe es überlebt 3 3 3 herzlichen glückwunsch dankeschön ich habe an meiner maus irgendwie die todes taste die habe ich vorher auch erwischt als sie als die tolles taste genau die todes taste ein schöner da wird dann die windows lalala suche lol nicht schon wieder ich glaube das rollenverhältnis kehrt sich um lieber das könnte sein oder vielleicht ist mir einfach langweilig und ich sterbe aus lange weile natürlich wahrscheinlich ich muss jetzt die form verbauen ich sehe nichts mehr an wertvollem zeug ich werde es das mal nein 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 just know da ist noch gold diskutiert mir sehr gut ich habe ja schon mal überlegt ein format auf youtube zu machen mit irgendwelchen sprachen oder so aber ich weiß nicht was ich da tun soll sprachlektionen ja super ich brenne ich will was extra ordinäres machen weiste extra ordinär ja genau genau i want to do something extraordinary eine neue enderperle genau so was ungefähr so war genau so was so neue wolle sehr gut ich glaube wir können uns bald betten bauen ja bitte ja ich gehe dann bald nochmal zurück zu unserem ofen und schau mal wie weit unser metall schon ist unser metall supply so das nehme ich noch mit schnell auch zuckerrohr oh sehr gut für bücher und enchantments genau verzauberungen für die die des englischen nicht mächtig sind für unsere jüngeren zuschauer oder hauptschüler ähm warum ich kenne sehr viele hauptschüler die des englischen mächtig sind bei mir genau umgekehrt leider sie tun mir leid okay gut ich nehme das jetzt einfach mal so zur kenntnis ich kenne auch sehr viele gymnasiasten die englisch nicht sehr gut können ich auch toll ja also gleichberechtigung für alle genau liebärte egalite fraternität na gut fraternität hapert ist meistens noch ein bisschen mein gott für die die des französischen nicht mächtig sind das heißt freiheit gleichheit brüderlichkeit ups ich bin am verhungern okay ich gehe jetzt mal einfach zurück du kannst ja kurz in die base kommen dann können wir betten bauen und ins baum setzen und dann und so weiter okay ich komme auch ich hole alles ab von meiner kleinen zwischenstation wie ich mir eingerichtet habe die die inseln sind sind schon schön kann man ja man alle fälle oder fehler screenshot mit dem scharfen bild ja das tumpennagel bild zum tumpennagel nähe als als tumpennagel bild auf die als daumen nach als daumennagel bild wird immer das gleiche verwendet also wo bin ich hier gekommen stimmt eigentlich daumennagel bild woher kommt das weil der daumennagel so klein ist oder ich glaube schon ja wahrscheinlich kleiner fingernagel bild zeigefingernagel bild klingt alles dumm ja nein nagelbild nagel nagel alter wie ich nicht mehr zurückfinde nein das kann doch nicht angehen wenn du vielleicht meinen namen siehst kannst du dem folgen nö aber ich glaube nicht tu ich nicht schade okay jetzt warte mal ich muss mich orientieren kommt da vorne da vorne komme ich hier und natürlich von draus vom wald genau wollte ich gerade sagen okay ich hoffe mich schießt kein vier unter okay zwei betten natürlich nicht nebeneinander noch homo ja bitte nicht ich würde fragen aufwerfen ja genau zur prävention von äh gedanken gedankenprävention du bist einfach big brother big brother in person genau ich bin mein eigener großer bruder nein schmarrn brick brother oh gott schlechter wird's counter plus 1 oh my god oh gott brick richtig geil sehr nice ja toll wow gut ich komm raus wieso spawnt ein zombie in heller montur äh am tages am bruch man weiß es nicht man weiß es nicht nein ich hoffe es kommt von oben kein viech werde sehr unguthabel so ne ähm damt 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 hallo gut oh dein name ja bin wieder da er ist wieder da von timor wärmes ein sehr gutes ein sehr gutes stimmt genau hab ich auch mal versucht anzulesen bin aber nicht dazu gekommen ah schande über dein haupt mhm du hast viel eisen gesammelt ich sehe es ja eisenschuhe ja ja eindeutig das waren doch mindestens vier eisen wow doch 22 und noch wow nochmals ja schau und noch mal 12 da machen wir jetzt eine volle rüstung ich auch ich lege das ganz mal ab ach ich habe eh schon 26 im inventor top ok nur mehr ausrüstung natürlich ups das wollte ich nicht das wollte ich nicht nein so volle eisenrüstung leute nice läuft für die die geglaubt hab ich krieg's nie im leben hin jetzt bekomm ich's hin sagt auch mein charakter hier in minecraft genau und jetzt maxi war slain by zombie ah genau und alles verloren als die spawned ist neben mir ich war so freundlich und und hab's nicht aufgehoben danke gut wir können alles unser wertvolles zeug in eine extra kiste legen damit die nicht voll wird ja so schnell bitte genau das machen wir set make me oh oh ja genau so ist es ok wir müssen bald wieder folgen Ende machen nein es sind schon wieder 25 Minuten nein bitte nicht also Leute falls ihr immer noch zuseht bei dieser traurigen Show wahrscheinlich sehr nicht dann dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und natürlich abonnieren bei mir genau genau auf Wiedersehen nein ich wollte ihn runter schubsen nein okay tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020